So, ich muss gerade gestehen, ich muss hier echt gucken. Ich kann da gerade echt kaum was ausrichten, ne? Fuck. Gut, dann. So, kann ich, treffe ich die überhaupt? Ja, doch, cool. So, kann ich, ah, schön. Also wäre jetzt echt blöd, wenn ich da, so, das hatte ich auch erwischt. Gut, so mache ich mir jetzt das in meinem Vorfeld ein bisschen leichter. So, kommt schon. Treffe ich das Ding oder nicht? Gut, also das Ding habe ich nicht getroffen. So, jetzt geht's los. So, da ist ein explodierendes Vieh. Ah. Ach. Gut, ich habe jetzt kapiert, beim zweiten Tod, was jetzt eigentlich Sache ist. Und zwar diese, direkt da. Nein. So. Und zwar diese komischen explodierenden Viecher bloß in Ruhe lassen. Also, wer lesen kann, ist definitiv klar im Vorteil. So, jetzt machen wir aber die hier noch alle platt. So. So, das Ding da oben kann man noch angreifen. Ups. Da, lasst mich in Ruhe hier. So, da oben fliegen so eine komischen explodierenden Viecher rum. So, irgendwie treffen tun die Viecher hier auch nicht, wa? So. Gut, also die explodierenden Viecher nicht. Angreifen. So. Nein, ich habe schon etwas los. Genau. So. gut ich hab zwar jetzt ich hab zwar jetzt eher ein bisschen damit gerechnet dass ich jetzt da was anderes machen muss aber irgendwo ist noch was naja gut so, das Vieh auch erledigt mal gucken was hier jetzt noch kommt natürlich bin ich vorsichtig immer doch das sieht nach einem großen Kampf aus ich muss gestehen ich hab auch noch keine Ahnung wo jetzt hier die Pause war oder ob die noch kommt mal gucken so, benutzen hey, ja Doppelsprung, Nebelwand so, was haben wir hier auf oh, ein Laserweg wäre schön so so echt interessantes Feeling gegen dieses ups 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 wow alter, alter so so ich diminuere jetzt einfach mal ein bisschen denn ich habe so die leise Ahnung dass das auch relativ wenig bringt da immer mehr kommen werden ups ach du Scheiße ach du Scheiße Gatlingang Gatlingang so, jetzt geht es dir an den Krag so, euch auch ein so so aber es kommt mir gerade auch alles eigentlich an sich relativ leicht vor Nein boah fuck ah, ok das war jetzt der größere Jump ok, mal gucken yeah cool das funktioniert viel, viel besser oh man ihr dürft ruhig lachen das ist ok so mal gucken ups ok wo lang geht es jetzt so und so gut den hätten wir und den nächsten so jetzt hier noch ein bisschen auftanken nebenbei so hat uns das jetzt eigentlich was gebracht oder eher nicht so so laser bam so und ab nach oben diese ok ok wo sind wir denn jetzt hier gelandet oh cool wir sind jetzt draußen was 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 muss ich machen so erstmal kurz hier raus so na ja genau schlag auf das Ding ein das ist immer praktisch ach ach da lang muss ich gut wir haben aber hier noch was was ist das buddeln 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 so aber ein zweites lasergewehr das ne juhuut ach du scheiße da wollen wir mal gucken wie wir da weiterkommen aber ich muss gerade auf Anlieb gestehen ich habe keine Ahnung was zum Hänker wir hier überhaupt machen also der ups der allgemein tiefere Sinn dahinter das sieht doch echt nach einem boss fight aus aber sowas von genau sag es nicht wow so wow ach du scheiße ja ich versuch's ja so 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 jetzt geht's dem Vieh an den Kragen was auch immer das ist gigantische Motte oder was soll das ja irgendwie schon wow wow fuck so was zieht den eigentlich mehr ab wenn ich jetzt auf ah immer schön gut bam in your face hat das was geholfen wow Alter was macht's jetzt so wo ist er 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 who is er gefahr 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 ja gefahr schön bam hu mission erfüllt doch ein ziemlich spannendes Finale, vor allem die Bossfights machen, übelst Laune auch wenn sie echt ziemlich tricky sind und meistens auch ziemlich schwer naja, tricky ist gleich schwer und so, wisst ihr Bescheid ähm, benötigte Zeit 23 Minuten ähm, das sind jetzt zwei Folgen geworden ähm, ich muss gestehen ich bin mir immer noch relativ unsicher wie es mit diesem Projekt weitergeht aber ich denke mal, eine weitere Folge wird auf jeden Fall noch kommen weil doch, das hat mir schon Spaß gemacht im Moment aber ich behalte mir das Recht jetzt einfach mal vor, jederzeit zu sagen, nö, wenn mir das Spiel keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf damit ganz einfach und ich denke mal das solltet ihr auch verstehen, dass ich kein Spiel mehr spiele, was mir einfach keinen Spaß macht und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Lost Planet die kommen wird und, ja, vielleicht sehen wir uns auch bei einem anderen Projekt ich bin der Dragonhannes und ja, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao 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 ciao